sehr herzlich willkommen zur 12 folge surf und ich würde sagen wir connecten auf den server ja und zwar werde ich gegen die beiden leute der kämpfe schulersfall und der killer denn soweit ich weiß haben die beiden nicht wirklich bock auf das projekt und es sind auch generell die einzigen die momentan fighten wollen und what the fuck oh das sind die hallo okay also dass die jetzt hier direkt bei mir sind wüsste ich nicht was zum teufel ist da eigentlich passiert wie kann man nur so wenig hobbys haben jetzt mal ohne scheiß okay ja ich gucke mir das mal ganz kurz an nicht weglaufen nicht ja was das hier ach so entschuldigung aber was ist das zum teufel hat die sammeln in der mauer ich dachte hier wurde irgendwas eingebaut okay interessant ja also die brauchen noch ein bisschen die hatten gemeint hatten gemeint ich sollte zwei minuten danach scheuen ähm was ist hier ah hier grab stein hallo ich bin nicht tot was ist das denn hier ich glaube es hakt junge hier sind so viele leute in diesem projekt schon tot und ich ich bin am leben und ist nee also dass man safe kommen will und leo das geht doch gar nicht vor allem was haben die hier gemacht tschuldige was ist das ich kann mir jetzt mal jemand erklären Okay ja wir müssen ein bisschen warten aber ich hoffe mal dass der kampf noch zustande kommt also schulers fall ist half dir wie ich sehe was kühler hat weiß jetzt nicht ich glaube sogar dass er full dir hat aber ich tue es jetzt einfach ich weiß es nicht ob die mir jetzt krass auf die fresse geben werden oder er nicht so ich hab da ehrlich gesagt keine ahnung aber ja auf jeden fall habe ich beide dazu gefragt meinten beide ja halt okay und ähm ja dass die halt eh keinen bock mehr auf das projekt haben finde ich ein bisschen schade aber ja keine ahnung jeder hat so seine eigenen gründe Ach ja warte mal ich wollte ganz kurz was nachschauen und zwar folgendermaßen äh wo ist denn meine küsse die ist glaube ich sogar hier auf der anderen seite ah nee hier Moment mal Ah nee es ist nicht meine küsse Hätte mich gewundert Hätte mich gewundert Okay Ähm What the fuck Meine küsse ist noch immer hier in dem klotz stimmt Habe ich voll vergessen Bisschen angst ich zu wenig blöcke habe aber hier ist noch was drin Boah nehm ich mir ein es könnte noch mal das hier mit und hier ist noch mein scharf viel drin das wollte ich wissen Ich war mir da echt nicht mehr sicher Ah da Wo sind sie Also das ist er Ich weiß nicht da Okay nice Erst drei Viertel Okay Oh mein Gott Wird eigentlich schon äh sollte ich die beiden killen eigentlich gucken dass ich dann noch diesen stuff rufen kann Okay Okay Das ist der D момент Das ist reune Das ist das Ich bin Das ist die Vielen Dank Ich überraszend Äh Ich bin Nein Oh Das bist du Das ist Darauf fahre alles Backy Kein Wasser mehr Oh, ich koch jetzt Wasser. Fuck. Mit Wasser bin ich wieder drin. Ich darf nicht so viele Gaps wegjuggen. Nice. Nice, oh mein Gott. Oh, Junge. GG. Oh, Gott. Warum ich jetzt schon wieder so Angst hatte, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber... Nice, GG. Oh mein Gott, so. Ich mach mal eine Doppelküste. Mann, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, so. Holy Shit. Ja, ich hatte mein Wasser nicht und dann hab ich ein bisschen abfacken gespielt, das weiß ich. Ich hab vier, ich glaub ich hab fünf Fire machen. Wär sogar noch besser als mein Dior Schwert. Also jetzt halt vom normalen Damage aus, weil wenn ich critter, dann wär's glaub ich wieder anders. So, alles mal da rein. Schatten ist hoch, Gott. Hier drin liegt auch noch einiges, tut jetzt mal alles so rein hier. Puh. Ja. Ähm. Ich hab die zwar nur mit Bogen gekillt, aber... Lord, das ist überhaupt, die hatten beide so gute Schwerter. Alter, what the fuck. Ich bin immer überlegen, ob ich meine Kiste entsichern soll und diese Kiste jetzt sichern soll. Weil da ist jetzt eindeutig mehr OP-Safe drin, wobei ich kann das jetzt eigentlich alles umsiedeln lassen. Oh mein Gott, so. Nice. Hoffen wir mal, dass meine Aufnahme läuft, wie ich es auch immer sage. So, jetzt kann ich mir auch hier schon mal einschalten. Wobei, warte, jetzt guck ich mal ganz kurz was. Ähm. Ganz kurz hier mal. Und... Ja, das reicht eigentlich. Oh mein Gott. Will das alles hier noch drüber in die Kiste bringen. Wobei ich nicht mal weiß, ob das so eine gute Idee ist. Ich will, glaube ich, eher den Staff hier drüber bringen. Ich weiß aber nicht, ob das geht, dass ich da... Nee, ich glaube, ich lasse die lieber hier. Ähm, warte mal. Ich gucke, nehme jetzt das hier. Und da gucke ich mal. Sharp 5 Fire. Wie viel das kostet. Oh mein Gott. So, äh... Was ist denn jetzt das Richtige? Hä? Da. Eins hat der Knockback und eins nicht. 33,29. Ist eine Überlegung wert. Und was ist, wenn ich das jetzt einfach mal... Ja, das kostet halt extremst viel. Aber ich glaube, ich werde dann doch mit dem Dual Blade bleiben. Ich glaube, das ist halt einfach gerade die bessere Entscheidung. Okay, dann tue ich mal alles hier umräumen. Ja, Gaps habe ich von denen jetzt auch keine mehr bekommen. Ist ein bisschen scheiße gerade. Aber nicht so schlimm. Ist ein Bogen am Ende. Es tut mir jetzt gerade irgendwie ein bisschen leid, aber... Ja, was soll ich machen? Kann ich jetzt bitte noch ein Team draufschauen, dass ich die auch noch hier wegficken kann? Nee, Spaß. Ich glaube, da werde ich jetzt sogar sterben, weil ich habe jetzt nur noch sechs Gaps. Aber wäre trotzdem auf jeden Fall mega nice. So, alles Wichtige, gern hier mal mit. Ja, denke mal, da werde ich noch ein bisschen Platz finden. Gut, aber... Dann haben wir das jetzt auch hinter uns. Ich glaube, Lee und Komme werden mich jetzt hassen, weil die suchen schon seit Folge 5 nach dem Fight oder so. Und die waren letztens schon extrem mad, weil gegen die niemand fighten wollte. Und jetzt komme ich mit, weiß nicht, mit die beiden an. Ah, diese Gesichter von denen würde ich jetzt zu gern sehen, wenn sie dann sehen, dass ich die gekehlt habe. Ähm, so. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das kann ich ja noch wegschmeißen. Tötz, ich will sie nicht zu viel wegschmeißen, aber trotzdem. Power 3, Power 2, Power 3. Der Bogen war auch relativ gut. Aber das ist ja wohl immer die größte Frechheit hier, was die hier gemacht haben. So, als würde ich halt schon tot sein, so in deren Augen, dass man tatsächlich Lee und Korn will, wer denn sonst? Pfff. Kann ich nur dazu sagen. Oh, viele Pfeile, aber da glaube ich sind sogar vielleicht meine dabei, ich weiß nicht. Voll viel Essen sogar, nice. Ja, ich glaube, mehr brauche ich eh nicht. Mein Amboss, sage ich noch allen. Und was mache ich jetzt dann, wenn ich nichts mehr zu tun habe? Das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Muss ich mal gucken. Das könnte ich auch mal hier ein bisschen abbauen. Das nervt dir irgendwie nicht. Wobei hier, wenn jemand aus dem Portal rauskommt, nur mal so nebenbei. Ja, jetzt habe ich auch noch ein bisschen hier Rüstung bekommen. So. Ich glaube, die restliche Folge werde ich jetzt damit beschäftigt sein, mein Inventar zu sortieren. Das kann ich weg. Schwer, schwer. So, das hier weg, das hier weg. Lava behalte ich einfach mal zur Vorsicht. Das kann ich hier noch mitnehmen. Genau. Also, das behalte ich jetzt sowieso. Und dann nehme ich mir noch das zweite Schapf hier. Wo ist das jetzt? Hä? Achso, nee, das sind nur die beiden. Ah, da, da. Da, das meinte ich. Okay. Also, nochmal kurz zum Mitschreiben. Das würde halt ziemlich viel kosten, ne? 29. Ich weiß ja nicht, ob das worth werde, aber ich glaube nicht. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube nicht. Ich tue das jetzt einfach mal da rein. Drogen brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Kohle. Auch. Ne, ich will jetzt nicht zu viel aussortieren. Jetzt auch. Hatten die noch irgendwie was an Leder? Das sehe ich gerade nichts. Aber Papier. Nehme gerade mal ein bisschen was mit, wo das vielleicht ein Vorteil sein könnte. Ähm. Hm. Weiß nicht. Ich wollte doch ein bisschen... So. Ne, ähm. Ja, ich müsste halt fast wieder Gold farmen. Halt nicht viel. Nur so ein bisschen. Aber ich glaube, jetzt tue ich noch einfach ein bisschen Äpfel farmen, weil Baum, weil... Ach, hier sind Kühe. Und so eine ganze Menge. Geil. Und... Skelette kommst auch. Wo ist der Enderman hin? Nein. Da hinten. Okay. Kühe, bitte droppt mir was zum Essen. Äh, nicht zum Essen. Äh, was... Was an Leder, meine ich. So. Okay, drei Leder ist jetzt besser als gar nichts. Hm. Okay. Ich hoffe, ich habe aufgenommen. Jetzt mal ohne Scheiß. Ah. Hat mir ja nichts Zeit gelassen, aber trotzdem. Komm, jetzt her, du blöder Enderman. Komm. Jetzt her. Okay. Ich bekomme eigentlich immer eine Enderpeller von dem. Ich glaube, kann das sein. Ich glaube schon. Finde ich cool. So. Mir ist gerade gar kein Enchanter in meinem Inventar aufgefallen. War da noch ein Enchanter? Aber was die hier mit dem Spawn angestellt haben, sieht ja fast noch schlimmer aus als wie ein Varro. Vier. Da, Enchanter. Okay. Da hat sich die ganzen Scheiße wieder aufgesammelt. Achso, dein Arm, was steht hier? Buh. Gut. Was ist das von Kornel und so? Okay. Warte mal, ich habe doch Eis. Warte, ich gucke jetzt mal ganz kurz was. Wenn ich jetzt mal so, so. 16. Moment. Boah, das kostet nicht viel. Aber ich weiß ja nicht, was das dann kosten würde. Mit dem Fire Aspekt, nachdem ich das dann zusammen gemacht habe. Deswegen lasse ich das einfach mal. Aber es würde mich trotzdem interessieren. Also ich gucke das, glaube ich, dem Singleplayer nach. Wobei ich halt glaube, dass da halt noch einiges dazukommt von wegen, was war der Weg zu dem Schwert praktisch. Also da, wenn ihr wisst, was ich meine. So. Ähm, ein Brottbuch würde ganz gut... Warte mal, habe ich überhaupt Brott zwei Hose? Nein. Achso, nee, brauche ich auch gar nicht. Stimmt. Äh, nein, das ist nicht so geil. Entschande ich halt ganz kurz hier. Ich muss mich jetzt beeilen. Ein Steinschwert. So. Ähm. Nice. Okay. Könnte ich mir jetzt eventuell schon das letzte Portrait machen? Achso, nee, das kostet jetzt. Nee, kostet nicht. Also kostet schon, aber halt so viel, wie ich habe. Also hat sie noch ausgezahlt. Nice. Joa, damit bin ich zufrieden. Ähm, okay. Ja, das ist ein Rest an Essen. Kann ich sowieso mal wegwerfen. Ja, Äpfel wäre jetzt wieder echt gut. Also, ich habe bis jetzt durch keinen Kill irgendwie, ähm, Gaps bekommen. Der, der, der Kill von denen war schon mal ein fetter Pluspunkt für mich, aber gäbe es auch noch nicht wirklich. Achso, warte mal. Ich sollte vielleicht nicht ganz hier am Spawn stoßen. Oh. Warte mal. Hier bleibe ich jetzt einfach. Joa, würde ich sagen. Okay, Leute. War ein kurzer Prozess. Okay, das war jetzt nicht so der, der knappste, äh, also, wie soll ich sagen, der kürzeste Kill. Aber es war ein nicer Fight. Hat mir mega Spaß gemacht. Äh, ich hatte am Anfang halt mega Schiss, weil die halt beide Fire hatten. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Beide auch statt vier. Aber dafür nicht so gute Rüstung, weil sonst hätten die mich safe bekommen. Joa, war ein nicer Fight. Und ja, mal gucken, wie es noch aussehen wird im Projekt. Ich würde sagen, bis dann und tschüss. Ich würde sagen, bis dann und tschüss.